Ich bin mit ihm 40 Jahre befreundet. Wir waren miteinander in der Schule, wir haben miteinander dieselben Mädchen gelebt, wir haben gewandert, wir haben getrunken, gegessen, alles zusammen und auf einmal er hat geerbt Geld und jetzt ist er nicht mehr so nett zu mir. Er geht an die Freude, er seht mich nicht, er kennt mich nicht, er grießt mich nicht, wieso ist es möglich? Dann kratzt sich der Rebel dem Wort und sagt, komm her, schleube, geh komm mal heraus bei dem Fenster und such mir, wo sehste. Schleimel Fischer geht zum Fenster, schaut an die Scheiben heraus und sagt, hier sehe ein Baum und noch ein Baum, ich sehe Kinder, was zu spielen, ich sehe, was ihre Geschäfte verrichten. Ich sehe, er loschen, was zieht einen Wagen, das ist es, weil ich sehe. Und jetzt komm her zu diesem Spiegel und geht daran, wo sehste ich den Spiegel? Schleimel Fischer schaut die Spiegel rein und sagt, ich sehe mich selber. Ich sage, siehst du mein Lieber, sagt der Rebel, so ist es, solange ein Mensch kein Geld hat, ist er wie eine Fensterscheibe. Und man braucht nur ein bisschen den Silber darunter zu legen und dann seh ich mich selber. Ich sehe, siehst du mein Lieber, so ist es, solange ein bisschen zu machen.